Herzlich Willkommen bei Astrigo's Curse of the Stars Quartz, ich würde mal Quartz sagen, aber nicht Curse of the Stars, ihr wisst ja wie das ist, Englisch ganz schwierig, so sieht alles okay aus, hat den Green Skill noch mal ein bisschen bearbeitet, der hat mich nämlich hier und da ganz schön genervt, muss ich zugeben, da war ich gar nicht happy darüber halt, da müssen wir ein bisschen Einstellungen machen, da wird zu Feintuning gemacht, ganz viel, die Frage ist halt, ist es genug, wenn ich rausgehe, das ist ein Bild, unser Licht, naja, war das ein bisschen dunkel, muss ich sagen, ist auch nicht schlimm, naja, 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 soll das ja alles laufen hier, Nicht wahr? So. Ja, okay, geht auch ganz normal, ja, muss wirklich mal testen, weil Green Screen ist immer, immer Drama, aber ich würde sagen, das sieht ganz gut aus, ne? Ja, okay, okay. Okay. Also, wir können jetzt das Feuer wegmachen. Also, wir können jetzt auch schon das Feuer hier wegmachen. So, wir wollten ja eigentlich in die Akademie, das wurde uns verwehrt, weil wir irgendwie keinen richtigen Zauberspruch haben dafür. Jetzt haben wir aber natürlich unseren Eis-Zauber hier gefunden, benutzt, keine Ahnung, was weiß ich, ob ich ihn schon vorhatte. Wir können jetzt da, glaube ich, auch direkt hingehen und uns in die Akademie gelaufen. Ich glaube, es war kinder lang. Guten Abend, Nessi. Wie geht's? Okay, aber 18 Version, okay. Ich habe 18 Version, das ist natürlich auch gut, Bethelda, das stimmt. Oha, deine Links hat sich ja noch gerne zu gut, zu Musmos, oh man. So. Warte. Ne, müsste eigentlich laufen. Schütze ich noch? Achso, okay. Alles klar. Aber doch, richtig. Alter, Omni, hast du gestern Abend mitgekriegt? Ist hier noch abgegeben, ne? Oh man, oh man, oh man. Hat noch bis halb eins gestreamt, irgendwie. Ganz probiert. Zu spät, ist schon. Ist schon drinne. Was ist zu diesem komischen Dings? Oh nein, Bleach ist wieder da. Wahrscheinlich, ich müsste mal gucken, aber wahrscheinlich schon wieder nicht für mich. Wahrscheinlich wieder für andere, außer mir. Erstmal habe ich hier noch das Couples Ding heute angeguckt, die nächste Folge. Die war wieder gut. Die fehlen mir. Oh ne. Vergiss es. Ja, ganz ehrlich, ne? Wer Anime jetzt auf Englisch guckt, hat es dem Leben eh irgendwie schon verdorben. Nein, nein, also die scheinen wohl auf dem Konto werden die wohl auftauchen, so wie ich das gesehen habe. Apropos aber auch vielleicht wieder essen. Der Kollege ist wieder wahrscheinlich unterzuckert. Ach, englische Subs. Naja, es ist ja bei mir, bei Disney Plus gar nicht drinne halt. Also, also, ich muss jetzt nochmal gucken, natürlich. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ob das Problem sich jetzt schon gelöst hat oder nicht. Hier haben wir schon, verdammt. Okay. So. Quapse? Oh no. Not quapsy. Deswegen, das ist ja noch gar nicht beigekommen bei Disney Plus. Also, okay, ja gut, ich, bei mir, habe ich also, bei Disney Plus habe ich eigentlich gar nicht gesehen. Also, ich habe gesagt, besucht habe ich nicht gefunden, habe weitergeschaut, nicht gefunden. Da schien es, als ob der gar nicht existiert für mich. Deswegen, jo, schwierig. So, irgendwo ist doch hier... No, I'm so sorry, Aichi. I'm not. I can't speak very well in English, you know. Ich wundere mich, dass du so viele englische Wörter kennst, Aichi. Wenn ich mal ganz unverschämt sein darf. Yes, I'm from Switzerland. We have cheese and stuff. Haben wir? Haben wir bestimmt. Wie war deine Arbeit, Aichi? Hast du drum gekriegt heute? Oder war das schlimm? So. Scheiße, war ich ja schon? Weiche nicht. Wir sind erstaunlich wenig Krieg, ne? Yes, thank you very much. This is so wonderful that you noticed. Kinder Country, yes. Ich glaube, du meinst ein anderes. Du meinst das anderes, aber... Aber ja. Okay, ich soll wahrscheinlich da lang. Alles, komme ich da jetzt zur Akademie, wo ich hin wollte, oder? Oh, das klingt eigentlich. Also heute Morgen, als ich aufgestanden bin, war es schon übel. Aber wie gesagt, ich bin sofort aufgesprungen, habe sofort losgelegt und so weiter. Dann ging es schon langsam. Ach, da komme ich wirklich wieder raus, ne? Ich weiß nicht, ich bin so immer müde. Es gibt aber... Ja, entspannt würde ich jetzt nicht sagen, halt. Da war halt wieder Action heute, aber wir haben fast Assembare geschafft. Frische weg halt, also... War jetzt nicht unentspannt, halt, sag ich mal. So, und ja, ich bin immer müde, aber heute war ich ein bisschen besonders müde. So, das muss ich schon sagen. Das war... Das war schon übel. Weil ich war nicht noch bis halb eins wach, Elchi. Und hab noch gestreamt. Und lief einfach zu gut. Bei mir aufhören. War übel. Ja, hab ich schon mitgekriegt. Sach-und-Wieder-Krank? Okay. Das ist echt krank. Sicher war ich auch schon. Das wäre schon übel. Naja, wenn es läuft, läufst du. Dann muss ich auch durchhalten. Das stimmt halt. Jetzt habe ich übergesehen, dass hier irgendwelche anderen Streamer jetzt alle Dragon Ball Breakers spielen. Dadurch bin ich nicht mehr der, der die meisten Zuschauer hat bei Dragon Ball Breakers. Stark. Am Ende, ich glaube, das Maximum war 31 Leute halt. Das war ich aber auch der... Naja, 31 Leute waren maximal da. Durchschnitt waren gestern Abend 22. Weil ich halt der deutsche Channel war mit den meisten Zuschauern bei Dragon Ball Breakers. Ja, ist halt das, was ich sage. Du brauchst halt für Twitch halt... Hallo, lass die mal. Für Twitch brauchst du halt eine relativ hohe Zuschauerzahl. Wenn du eine hohe Zuschauerzahl hast und halt irgendein Spiel spielst, wo du relativ hoch, ne, sag ich mal Top 3 bist. Bei, zum... Sag ich mal, bei deinem... Bei deiner Sprache halt. Du kriegst natürlich sehr, sehr viele von den Leuten ab. Die alle, die alle stark. Die müssen raus. Die mach ich auch überhaupt nicht. Auf jeden Fall, wenn du natürlich dann irgendwie bei dem deutschsprachigen Channel halt eben einer bist, der halt eben die meisten Zuschauer hat, halt kommen natürlich die meisten auch zu dir halt. Ja, kannst du damit das auch machen? Achso, ich brauche jetzt das andere Ding. So. Deswegen halt es ging halt, ne. Also, wie gesagt, schon... War schon früh heute Morgen halt so ein kurzer Eins geschlafen oder sowas halt dann. Aber ich kam schon klar halt. War Rückweg ging auch halt. Vielleicht mal noch schnell Anime reingeballert. Ich muss sagen, ist jetzt alles gut halt. Ich werde natürlich heute Abend ein bisschen früher schlafen müssen, außer, dass wir drehen wieder durch. Dann ist natürlich wieder... Wer... Wäre Dings hier, wäre es am Ende nicht ein bisschen rückläufig gewesen, aber am Ende waren es ja nur noch, sorry. Nur noch ist natürlich im Mime. Auch das... Naja, wäre natürlich schon optimal, aber ich finde, wenn ich auf 1 kommt, ist das echt. Das ist natürlich schon nicht schlecht, aber wie gesagt, hat es gut geklappt halt, ne. Wie dann... Es kamen 300 Aufrufe, glaube ich, oder sowas halt, ich muss sagen. Das war schon nicht schlecht halt. Wie gesagt, nur weil ich top 1 halt bei den deutschen Streamern war mit dem Spiel halt. Morgen, apropos, kommt Ghostbusters. Auch so ein... So ein Moody wie, äh... Dead by Daylight, ähnlich. So, das sieht tatsächlich interessant aus, ey. Wahrscheinlich morgen erst mal gekauft. Ich weiß es nicht. Hey, what are you talking about my, me, und... Echt? Echt, Omni? Oh, Mann. Ja, wenn er geil ist, ist er cool, ne. So, oh, Mann. Ihr seid ja schon hier. Für Schurken. Alle zusammen hier. Ne, hab ich schon gehört halt, dass das, äh... Ich kann kein GTA eigentlich, ich hab so wenig GTA gespielt, Elchi. Ich hab nur Multiplayer gemacht. Du bist eine arrogante Weinflasche. So. Ja, du Akademiker gesurft. Du Akademiker gesurft? So, ich überlege gerade, war das das, was Dings gesagt hat, äh, Bömermann? Ja, nur weil ich nicht Secure durchgespielt hab, weißt du? Secure ist auch zu krass, ey. Ich spiel jetzt mal Bloodborne durch. Wenn du Bloodborne durch hast und ne Platin da hast, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, dann sehen wir weiter, Elchi, ne? Hast du Bloodborne schon gespielt? Ist es schon durch? Ist es fertig? Nein. Wobei ich natürlich da warten würde, bis irgendwie ein 60 FPS Update kommt. Weil 30 FPS ist schon... Ist schon übel zu spielen halt. Muss ich sagen. Nein, äh, 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 also Elchi ist also so relativ fröhlich. Aber nein, können wir nicht. So. Meine, ganz ehrlich, äh, Omni Windels gesagt hättest, ne? My Little Kitty Adventure Island, hätte ich gesagt, machen wir. Nein, Elden Ring ist zu einfach, Elchi. Elden Ring ist viel zu einfach. Das akzeptiere ich nicht. Elden Ring ist viel zu einfach. Ich call's einfach. Zu einfach. Ihr könnt natürlich das Ding natürlich ohne, äh, irgendwelche Asche spielen und so weiter. Okay. Aber trotzdem. Ich kriege Bloodborne keine Chance. Bloodborne hat mich schon 503 Mal gebrochen. Ganz ehrlich, äh, du hast kein Schild. Du kannst nur ausweichen. Ey, die Gegner, knüpple, hallo, so machst du DLC-Bosse, ey. Da gab's... Ja, aber, aber ich ja nicht, Elchi. Das ist ein Elden Chain. Okay, da musst du mir jetzt helfen. Ich bin schon wieder hier, ich will gar nicht hier sein. Was soll ich denn hier? Spiel mal Bloodborne. Wenn du zum ersten Boss kommst in der Woche, dann sehen wir uns wieder. So. Du wirst schon sehen, ne? Trau dich mal an den Bloodborne. Das gibt's, glaub ich, sogar... Gibt's das nicht sogar umsonst bei Playstation Plus? Fang das mal an. Gute, gute... Zieh das mal rein. Ja gut, Chains sind natürlich schon krasser. Das... Das seh ich allen. So. Na, Bloodborne sehen wir uns wieder, ey. Das Spiel hat mich mehrfach gebrochen, ey, mit seinen Endbossen. Besonders DLC-Endbosse. Äh, Endbosse. Ja, also... Da gibt's natürlich ein paar geile Glitches, das stimmt. Aber ja. Das weiß ich. Und das weiß ich. Ich hab das Gefühl, du wirst mir gleich verraten, Omni. Also, die Pucken und Randomizer-Dinger waren schon krass halt. Also, die haben uns ja so kaputt gehauen, die Dinger, ey. Erste Arena schon. Und ich glaub, jetzt wird's ein bisschen einfacher, aber... Das war schon... War schon ganz schlimm, ey. Wofür hab ich jetzt Falle an Akademie? Bin ich doch richtig, okay. Jetzt muss ich aber nur irgendwie hier reinkommen. Ja, die davor waren krass halt. Also, das ist die Falle an Akademie. Hier komm ich runter. Wie komm ich denn da hinten hin? Ist ich da lang? Okay. Und er ist hier so ein krasser Nager, das stimmt. Und wir tun mal wie mir das mal. 9.11. wenn Adenringer auskommt, wenn Adenringer kommt, wenn Adenringer kommt, was God of War. Danke, Nessie. Und dann halt bis zum Wochenende halt, also vier Tage Urlaub bis Sonntag, das muss reichen für... Ähm, also fünf Tage für God of War halt. Okay, Hilda. Ich finde einen Vorteil für dich. In honor of Minerva. So, du musst mir erklären, was hier passiert ist? Bäh. Baba. Kann ich nicht hören? Ich hab's schon ziehen am Ohr. Vielen Dank. Sorry. Vielen Dank. Vielen Dank. So gutig. Das war der Quote, heutige, heutige Superquote. So, das ist der heutige Quote. So, wer mit dem Reden ist? Nein. Wir müssen gegenhauen. Ne, das passt schon irgendwie. Jemanden allein zu lassen. Wo Jack Sparrow gefangen genommen wird. Das krieg ich doch unterzüge nie, ne? Jetzt bin ich mal spannend, Elchi. Niemals, Elchi. Du bist mal der Nebencharakter meines Lebens, weißt du? Und sei froh, wenn ich eine Quest von dir hole, weißt du? Ich kann einfach ignorieren, weißt du? Du kannst deine Sprüche jetzt sagen. Hallo, Stranger. Oder, hallo, schöner Tag. Ich kann einfach jetzt ignorieren, weißt du? Ich nehm nicht meine Quest von dir an. Da kommt schon ein Schluck weg, weißt du? Was willst du machen? Ich bin der einzige Protagonist in meiner Story, weißt du? Oh, oh. Okay, wir... Taktischer Rücken. So, wir holen uns den noch nebenbei. Okay. Okay, ich sehe. Ich sehe, ich sehe. Hier wird es ein bisschen krasser. Oh, sehr gut. Okay, jetzt ist echt ein bisschen mehr los, ja. Oh, Mann. Ah, okay, ich treffe sie gleich. Da ist er. Oh, Mann. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen mehr los hier in der Gegend. Was ist denn nur da rum? Blau kämpfen? Da mache ich sie jetzt völlig. Ganz ehrlich, wenn ich diese, diese Move nicht hätte, ist nach vorne daschen. Ich bin nur halb so cool. Das macht schon richtig pop. So. Und morgen, ich die Ghostbusters, oder was? Machst du mit? Also jeder Boss, der dich mit einer Kommung tot behauen kann. Und? Also den Dienstag. Es sieht schon lustig aus. Hat den originalen Soundtrack, das originale Lied. Also es hat schon zwei gute Argumente. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich habe versucht irgendwie hier meinen Greenscreen besser in den Griff zu kriegen. Jetzt wäre ich wieder ein bisschen... Geht das immer noch mit dem Greenscreen? Ja, ja, ja. Was? Oh, und... Oh, stark. Oh, wie stark. War quasi wie... Warte, warte. Warte, Echi. Oh, wir fixen uns wieder. So, der ist ja noch in meiner Jugend. War der noch cool. Wie, du kannst mit mir kein Abo machen, ey, Sherif. Wo ist mein Abo? Wie, Echi? Kein Abo. Das kann ich nicht akzeptieren, ne? So, warte, jetzt versuchen wir nochmal den Sound. Da heißt es, ich habe nicht Moogales. Ich habe Neues Moogales. So, das war der John Cena. Die anderen ausgelassen. Das, da hat er recht. Da hat er wirklich recht. Keine stark. Hm. Ich bin stark, ey, Sherif. So. Weil wir aber nur keins haben. Oder andere können wir nichts haben. Naja, äh... Omni, muss... Muss verstehen. Gerecht und nicht gerechtfertigt, weißt du? Na schon muss man eben, ne? Leben lassen. Nochmal? Na ja, okay. John Cena ist immer noch schwach. Auf der Brust. Ich habe wohl ja auch immer noch nicht begriffen, wie das funktioniert. Na klar. Hallo? Du lässt mich mal irgendwo vor, in irgendwelche Ecken rein. Willst du mal hier voll der Play ausgegeben sein? Weiß ich nicht. Ich habe gesagt, ich komme vielleicht nach. Ich habe quasi schon gesagt, wie es wahrscheinlich läuft. Und du hast trotzdem noch ein bisschen vorgelaufen. Also eine Warnung war schon mit dabei. Komm mal runter jetzt. So. Ich habe... Und ich habe dir auch gesagt, Tag 1, 2, 3. Stark. Sehr gut. Also, Elchi, wo ist das ab? Soll ich dir helfen? Soll ich... Gib mal deine Kreditkartennummer. Stark Omni. Da kommen wir doch weiter mit. So. Gib mal deine Kreditkarteninfo, Elchi. Ich buche einfach so ab. Echt? Ich weiß halt nicht, wie lange bei euch... Wann bei euch die Dings ankommen. So. Irgendwie ist das hier viel zu wenig Action, ne? Wo sind die ganzen Leute denn? Ein bisschen Holz kaputt machen hier. Also, ich habe hier nur meinen Testbildschirm halt und der geht. Nein, Elchi, immer noch hinter deinem Körper. Immer noch hinter deinem Körper, Elchi. Keine Sorge. Mach dir keine Sorge. Es ist nicht das Geld. Also, ich habe hier nur den Testbildschirm halt, der läuft normal. Aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie es für euch läuft. Und ich habe... Verbindung ist perfekt. Wenn die Amulets verloren hat, haben wir viele zu verletzten von dieser verdammten Vox. Wir sind immer noch ein Prozess, mein Herr. Ich versuche dir, wir wissen jetzt so viel mehr über die Vox und die Monster in Kontrolle. Das ist alles? Ja. Ich habe eine Männerwindel an. Keine Sorge, die absorbiert genug. Ich glaube, wir müssen Elchi auf die Beobachtungsliste packen. Er wird langsam zu mächtig. Okay. Was hat er gesagt? Hast du einen Anspruch bekommen? Schade. Kriegst du vielleicht noch. Okay. Ich nehme das als Ihre Beobachtung. Was war es? Ich habe versucht, meine Soldaten mit den Amulets zu kontrollieren. Mein Herr, du... Hier, Omnia, sehe ich was aufgefallen an Nessie. Und ihrem Auftreten. Ah, das Rechte wirkt sie echt nicht, ne? Frank Sikun, bist du noch ein Leben? Was ist denn Frank Sikun? Frank Sikun? Was ist denn Frank Sikun? Ach, das ist nicht bei mir jetzt hier auch, warte. Was macht schon wieder hier mein Dings hier? Hier, ist der Tod. Tja. Das Dings läuft normal, aber die anderen Sachen noch nicht. Okay, warte, dann müssen wir, müssen wir jetzt leider hier mal, mal kurz, einen kurzen Check machen. Ich mache mal kurz einmal den Stream aus und an, damit das wieder läuft. Aber warte, Google Playpro verstatten. Nein. Kann ich den irgendwie nochmal? So, kann ich den Seiten aktualisieren, vielleicht kann ich da auch irgendwas machen? Ne. Okay, da, ich muss ganz kurz mal einen Stream neu starten. Ich weiß nicht, warum hier der Chat sich aufgehängt hat und die anderen Sachen. Aber ich werde es auch niemals herausfinden, deswegen starten wir den Stream einfach mal. Äh...